Äh, passt mal auf, ich wollte mit euch heute noch eine Sache machen. Wollte ich heute mal ausnahmsweise mit euch mir, weil ich gestern, ich hab mich gestern halt so für Häuser interessiert, ja? So, und, ähm, es ist übrigens witzig, wie man tatsächlich in Köln 500 Wohnungen gerade kaufen kann, das ist insane. Ähm, ich wollte mal gucken, in Köln, was es so für Häuser gibt und euch mal ganz kurz zeigen, dass der Hausmarkt in Köln, das sieht einfach aus wie Bibis Haus hier, Digga, das sieht einfach aus wie Bibis Haus, guck mal hier, ist einfach das Haus von Bibis Beauty Palace, ne? Gehen nur die ganzen Einbauschränke, Digga. Ähm, ich wollte mir einfach mal ein bisschen den Wohnungsmarkt anschauen. Das Ding ist, Leute, ist ja schon schön so, ne? Aber überlegt mal, guck mal, das meine ich gestern zu euch. Dieses Ding hier kostet 2,5 Millionen und steht in Wedersdorf, ja? Wedersdorf ist sehr, sehr weit außerhalb von Köln, nicht sehr weit, aber schon ein Stück außerhalb, ähm, außerhalb halt. Und, ähm, hat einen Aufzug drin, ja, alles schön, alles gut, aber die kostet halt 2,5 Mio. So, und die ist nicht so hochwertig wie die von Bibi. Ja, Bibis Villa hat nochmal einen ganz anderen Ausstattungsstandard, das ist so. Das hier ist ein Fertighaus wahrscheinlich sogar, so wie ich es denke. Ähm, und Bibis Haus sieht ja nochmal viel, viel hochwertiger aus. Also, da bin ich auch gestern da auf meine Annahme gekommen von meinen 2,x Millionen, das habe ich gesagt, 3,7 oder sowas um den Dreh. Also, ich wollte euch nur mal ganz kurz einen Einblick zeigen, Leute, wie insane teuer Häuser in Köln sind, ja? Das ist wirklich krass. Also, Köln und Umgebung, die Häuser sind un-fucking-glaublich teuer. Also, wirklich, das ist insane. Wir können ja mal ganz was sagen, wir können ja mal ganz was sagen, wir können ja mal ganz was sagen, wir gehen mal hin und sagen, wir suchen nur Willen. So. Ja, weil Bibi hat ja obviously eine Villa gehabt, so. Das eine ist zum Beispiel gar nicht als Villa deklariert worden. Ihr seht ja schon hier, das sind alles Häuser, leben wie ein König. Schauen wir mal ganz was hier. Das sind ja alles Häuser, die deutlich, deutlich kleiner sind als die von Bibi. Gut, das hier ist auch gar nicht meins. Digga, das sieht aus wie Barockschloss, sein Vater, Alter. Ganz seltsam, würde ich mir gerne von außen angucken. Das ist so ein Ding, das würde Drake nehmen und einmal komplett transformieren, Alter, in sein Haus. Alter, das ist schon wild hier, ne? Das ist schon, äh, das ist schon krass. Gibt mir so 80er Jahre Pablo Escobar-Vibe hier, Digga. Das ist wirklich so ein Haus, wo Escobar drin gewohnt hat. Krass, Alter. Finde ich ja immer sau interessant, so Weinkeller. Guck mal, wie groß dieser Weinkeller hier ist, Digga. Von Bibi das Haus ist insane teuer. Guck mal hier. Was haben wir hier? Gästezimmer, Hausratus, Dampfbad. Oh, Dampfbad, nicht schlecht. Weinkeller. Dusche, eine Sauna kann man hier auch noch reinschauen. Das Schwimmbad ist ja einfach insane groß, ne? Guck mal. So ist das Haus von außen aus. Boah, ist schon geil von außen, ne? Ist aber halt... Also, das ist schon, da ist schon eine Hütte, sag ich mal. Das ist schon nicht schlecht, ne? Wenn man da ein bisschen Geld reinsteckt. Hier, ähm, Fangshalle. Wohnzimmer, Kaminzimmer, Ankleidezimmer, Schlafzimmer. Dann haben wir hier Küche, eine Garage für drei. Äh, nochmal ein Gästezimmer, ein Esszimmer. Und dann natürlich nochmal oben eine Bibliothek mit einem Bürogalerie. Und hier nochmal, äh, eine ausbaufähige Fläsche. Also hier könnte man theoretisch nochmal eine Etage draufsetzen. Also auf das Dach hier. Das ist dann hier wahrscheinlich oben drauf. Kostet 3,1 Millionen, Digga. So, und das ist trotzdem, Leute. Also, ich zeige euch mal ganz was, wo das liegt. Ja? Das ist hier. Hier ist Wachtwerk und da ist Köln. Ja, hier ist. Also schon eine Distanz dazwischen. Ist interessant. Von innen überhaupt nicht mein Stil. Aber kann man, glaube ich, ganz geil transformieren. Müsste man aber locker nochmal zwei Millionen reinstecken, dass das von innen geil aussieht. Naja. Also ihr seht schon, es ist wirklich tatsächlich hier Meerbusches Düsseldorf. Auch interessant. Auch eine riesige Villa. Aber das sage ich halt. Also in Köln ein Haus zu finden, das ist schon echt schwierig. Und deshalb habe ich auch noch gestern diesen Preis genannt, der so immens hoch war. Weil ich mir nur ansatzweise vorstellen kann, die meisten Sachen werden sowieso nicht bei ImmoScout gelistet sein, sondern direkt bei Greif und Konzen oder Engels und Völkers und so. Aber Bibis Haus ist State of the Art. Das ist sehr, sehr neu. Das ist sehr hochwertig. Das ist extrem technologisiert mit Dings, mit Boxen und allem drum und dran. Das sind ja alles Häuser hier aus den, wann ist das 1992, 1993 oder sowas gebaut worden, nehme ich an. Steht hier irgendwo ein Baujahr dabei. Mal gucken hier. 96, ja, sage ich ja. Also das sind halt alles 90er Jahre Häuser hier. Und wie gesagt, die sind nicht mal ansatzweise in der Nähe von Köln. Das ist alles Meerbusch. Das ist alles Neues und sowas. Also, ja, deshalb sage ich euch nur, dass Bibis Haus diesen Preis, den ich da gestern genannt habe, auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut trifft. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Es sind echt schöne Häuser dabei hier. Aber guck mal hier, das sind halt, das sind so Villen, wie es bei GTA gibt. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht aus wie so ein Haus wie von GTA. Und das fühle ich halt überhaupt nicht so. Also mag ich halt einfach nicht. Das ist so Landhaus mäßig. Ist voll schön. Ist sicherlich geil. Weil, aber dafür halt 1,6 Millionen ausgeben, ich weiß ja nicht, Alter. Also das ist, ist nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Ist einfach nicht meins. Wisst ihr, was ich meine? So, keine Ahnung. Bibis Haus, 7 bis 8 Millionen. Ne, so hoch glaube ich nicht, aber 5 werden es sein. Ich kenne den Wohnungs- und Hausmarkt in Köln. Wisst ihr, was ich meine? Das hat das Ding. So, wir können ja mal ganz kurz, pass mal auf, wir können ja mal ganz kurz hier umkreisen. Wir nehmen mal ganz kurz hier, Moment, Köln. So. Le Köln, Le Köln, man kennt es. Köln, so. Digga, jetzt bin ich hier im Hacker-Fenster oder was. Ja, moin Digga. So, Moment, wir sagen mal ganz kurz Köln, ja. So, und dann sagen wir hier Umkreis. Wir nehmen mal Köln wirklich mit einem riesigen Radius. Wir nehmen mal Köln mit einem 10, mit einem 15 Kilometer Umkreis. So, und das hier habe ich schon mal gesehen. Das ist in Bergisch Gladbach. Ist unglaublich schön. Fand ich richtig, richtig geil. Finde ich ein wirklich geiles Haus. Hat was, oder? Also wenn man hier so hingeht, hat was. Wirklich krass geil. Schön modern. Ist mir aber immer noch nicht modern genug. Wisst ihr, was ich meine? Also da fehlt mir auch wieder ein bisschen Kontrast so. Finde ich geil. 240 Quadratmeter Rohenfläche kostet eine Mio. Von innen super schön mit so einem Atrium halt innen drin. Keine Ahnung, aber auch hier wieder. Das sieht einfach aus wie Bibis Haus, ne? Aber ist halt außerhalb von Köln. Ganz weit außerhalb. Aber geile Küchengeräte und sowas hier. Möbel würde ich auf jeden Fall alle austauschen. Ist aber halt auch nur 200 Quadratmeter groß. Oder 240 Quadratmeter. Reicht für eine Familie auf jeden Fall aus. Ne? Aber ist halt keine 500 Quadratmeter so wie das Haus von Bibi. Und das meine ich halt, ne? Also nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie, äh, wie, wie der Markt hier in Köln und Umgebung aussieht. Ne? Nochmal, also in Köln selber. So. Das hier, das hier ist eine Doppelhaushälfte. Ungefähr in dem Gebiet, wo ich vermute, dass Bibis Haus steht. Eine Doppelhaushälfte von der Villa. Gibt Doppelhaushälften. Das ist ja schrecklich. Schrecklich. Aber Preis 2,5 Millionen und auch, äh, was ganz, ganz anderes als das von Bibi wieder. Viel, viel von der Qualität, von der Ausstattung her wieder ganz, 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 ganz anders als das Haus, was wir uns gestern angeschaut haben, ne? Deshalb, also, ich bin mir da ziemlich sicher, dass das, was ich da gestern gesagt habe, ganz gut zutrifft. Sowas finde ich übrigens saugeil. Finde ich persönlich ganz geil. Ähm, die, oh, das sieht auch geil aus, eine Architektenvilla, Digga. Das ist natürlich hier sexy, sowas. Sowas finde ich auch immer ganz geil, so ein Anwesen am See zu haben, ne? Das ist natürlich, das ist natürlich auch geil. Ist jetzt nicht mein, ist jetzt nicht mein, mein, mein Type, so ich verstehe nicht, warum das Haus so langweilig gebaut ist. Also, das ist sauschön und saukrass, hier mit diesem riesigen Garten. Ist wirklich cool. Ist mir von der Architektur aber einfach zu langweilig. Ähm, aber sicherlich ganz schön tatsächlich. Ist ein schönes Haus, keine Frage. Aber da macht er wieder die Lage, aber auch hier wieder, ne? Ihr seht halt, dass es schon was älter ist. Das ist Baujahr, was ist das? 82, 83? Schätzen wir mal, steht hier irgendwo ein Baujahr dabei? Oh, 68 sogar, seht ihr mal. Und das hier ist auch schön. Ähm, aber auch hier, wenn ich für ein Haus 2,1 Millionen ausgebe, dann darf das nicht aussehen in den Fertighaus. Das ist eine schöne, das ist ein schönes Design, keine Frage. Aber irgendwie ist mir das immer noch nicht extravagant genug. Wisst ihr, was ich meine? So. Und Bibis Haus wird von außen auch nicht, glaube ich, so krass aussehen. Aber geile Küche hier auf jeden Fall. Ach, von hinten natürlich krass. Oh, hat ein Schwimmbad hier unten drin. Aber das ist halt Poolheim, ne? Das ist auch schon wieder nicht Köln. Das ist ordentlich weit außerhalb, Leute. Dann fahrt ihr nach Köln rein, fahrt ihr eine halbe Stunde. Und trotzdem, so, jetzt sagen wir mal, das Haus hier. 300 Quadratmeter Wohnfläche, 2,1 Millionen. 2,15 Millionen. Ne? So. Und dieses Haus hier ist vom Ausstattungsstandard her, würde ich sagen, annähernd dem von Bibi. Hochwertig eingelassene Lichter und sowas drin. Hochwertige Bäder und sowas. Aber sogar noch ein Stück kleiner tatsächlich. Also noch ein Stück kleiner als das von Bibi. Und ganz weit außerhalb. Ganz schön mit so einem Gazebo hier draußen. Auch geil mit der kleinen Gästehaus hier oder so. Wahrscheinlich für Sport oder sowas. 2,15 Millionen. Und steht, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz. Nochmal, das ist kleiner. Kostet 2 Mio. Sagen wir mal 2.100. Also 2,1. So. Und das steht da. Hier irgendwo. Und hier ist Köln Innenstadt. Und Bibis Haus ist hier irgendwo. Also nochmal. Ich war, glaube ich, mit dem, was ich da gestern gesagt habe, gar nicht so fern von dem, was, äh, was, äh, was, was an der Realität dran liegt. Nochmal, ich kann es nicht, ich kann es nicht genau sagen. Aber ich sag es euch so. Ich glaube, Düsseldorf hat krasse Häuser. Ich sag es euch so. Ähm, bis man in Köln so eine Immobilie findet, vergeht schon eine Weile. So, wir gucken mal ganz kurz, was wir in Düsseldorf haben. Schauen wir mal in Düsseldorf die Bilder an. Düsseldorf hat krasse Häuser. Guckt mal hier, Leute. Düsseldorf hat eine ganz wilde Immobilien Szene. Szene. Einen ganz wilden Immobilienmarkt. Da seh ich mich, Leute. Da seh ich mich. Da seh ich mich, ne? Da seh ich mich, ja. Guck mal hier. Boah, Digga, so eine, Alter, ist das geil, Mann. So ein, so eine Fabrikantenwilder, so eine alte, ne? Ganz, ganz wild. Gah, Digga. Von innen Kotze, wirklich. Aber, oh, Digga, das ist geil. Das ist geil. Das ist eine Menge Kunst hier drin. Fuck, Mann, das ist schon wild. Aber nochmal. 560 Quadratmeter Wohnfläche. Digga, das ist schon, bei Bergisch Gladbach hab ich auch schon mal überlegt, ja. Digga, das ist ja komplett voller Kunst, ne? Das ist ja Wahnsinn. Junge, da kaufst du aber dann wahrscheinlich die Kunst mit, nehm ich an, oder? Wildes Haus. Wilde, oh, Digga. Das gefällt mir aber, das gefällt mir aber, weil halt so viel Kunst drin ist, ne? Eigentlich nicht meins. Aber das macht schon einiges her, ne? Hier oben noch mit einer Einliegerwohnung. Schönes Haus. Richtig, richtig schön. Schön. Schaut mal bitte, Digga. Guckt mal hier. Ja. Stell dir vor, das ist dein Haus. Denk mal geschützt wurde gemerkt, ne? So. Was haben wir hier? Ich guck mal so ein bisschen rein nur. Ich guck mal. Ja, das ist nur ein Vorschaubild. Finde ich immer zum Kotzen, Alter, dass sowas nie, nie mit angezeigt wird. Das ist mein, das meine ich halt, ja? Fertighaus. Zu viel Glas. Akzeptabel. Schön. Ich geh auch direkt auf, ich geh auch direkt auf die fetten Dinger, ne? Oh, wild. Wild, aber auch schon was älter. Ein bisschen was in die Jahre gekommen, ne? 2003 schätze ich mal vom Baujahr. Was ist das? Äh, oh. So kann man sich was tun, so kann man sich was tun. 80er, Wahnsinn. Ja, doch, sieht man schon, sieht man schon. Auch krass, so ein Herrschaftshaus hier, ne? Um Gottes Willen, all diese Kontraste. Also die Einrichtung teilweise, ne? Da muss man, da muss man schon für geboren sein, sag ich mal. Aber halt massig Platz, ne? Aber auf der anderen Seite, wann brauchst du mal 600 Quadratmeter Wohnfläche oder 700? Das brauchst du ja nicht. Na, ich find's auf jeden Fall immer interessant. Bauhaus Villa am See. Jetzt will ich aber mal ganz kurz auch die Bauhaus Villa sehen und nicht nur den See. Das find ich halt immer so kotzer, das versteh ich halt nicht. Warum zeigst du mir nicht das Haus? Bauhausstil ist doch geil. Kommen wir mal ganz kurz Richtung Bergisch Gladbach. Also Düsseldorf auf jeden Fall auch wild. So, dann schauen wir mal in Bergisch Gladbach. Die haben halt auch krasse Häuser hier. Aber es ist nichts so krasses dabei. Es ist krass. Also der, 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 der Markt hat sich halt wirklich krass geändert, ne? Also wenn man halt jetzt, sag ich mal, eine Villa kaufen möchte, dann kann ich fast schon NRW eingeben, Digga. Oder ich kann Köln eingeben und sagen, ich zieh den Umkreis mal noch 50 Kilometer. So, und dann, dann, Digga. Komplettes Schloss hier einfach. Komplette Burg. Ähm, und dann, selbst da wird es, glaube ich, schwierig, was zu finden, was den eigenen Ansprüchen genügt. Nicht nur, nicht nur finanziell natürlich, aber sondern auch optisch. Also das ist halt das Ding. Das ist halt die Frage. Wenn man halt so viel Geld hat, baut man dann nicht lieber etwas, ne? Dann muss man eigentlich nach eigenen Ansprüchen irgendwie bauen. Alles andere macht keinen Sinn. Ich glaube aber nicht, dass die beiden gebaut haben. Julienko und Bibi. Ich glaube, dass die gekauft haben tatsächlich. Ähm, weil es so wirkte, als hätten die nicht so viel in die Grundrissgestaltung mit einfließen lassen. Auch geil, ne? Eine komplette Burg. Guck mal hier, eine Burg. Für 500.000 Leute. Was sagt ihr? Komplette Bruchbude? Komplette Bruchbude, Alter. Ich könnte dir ja meinen Garten ausvermieten. Leute, soll ich mir eine Burg kaufen? Für 500.000? Was sagt ihr? Kommt. Kaufen wir. Ist denkmalgeschützt. Kannst dir nichts mit anfangen. Und steht mitten am Hang, wahrscheinlich ohne Internet. Mega, oder? Geil. Geil. Verstehe ich ja nicht hier sowas, ne? Guck mal. Gar nicht meins, ne? Die Glas und so ist voll schön. Ich zeige euch mal später ein paar geile Häuser, so. Ist halt alles 90er hier, ne? Ist halt alles... Würde ich mich nicht drin wohlfühlen. Ich brauche was... Wenn, wenn, dann muss es was Zeitloses sein, ne? Digga, was ist das denn hier einfach? Sieht ja aus... Digga, das sieht ja auch wild aus hier, das Haus, ne? Das finde ich wieder schön, so Jugendstil oder sowas. Oder so Barockvillen, ne? Boah, geiles Haus. Geiles Haus. Von innen halt absolute Scheiße. Das sind halt alte Fenster, die darfst du wahrscheinlich nicht rausnehmen und so. Du musst halt wieder sehr viel erhalten bei so Häusern. Das ist halt schade, ne? Es ist nicht einfach, Leute. Ich sage es euch so, wie es ist. Es ist nicht leicht, ne? Also, dass die beiden da so einen Schnapper gemacht haben. Schnapper, in Anführungsstrichen. Ähm, dass sie sowas gefunden haben. Oh, hier. Guckt mal hier, Leute. 13 Millionen. 14 Millionen. Exklusiver Gutshof mit herrschaftlichem Herrenhaus vor den Toren Düsseldorf. Der Hahnenhof. Bei Rubine gelistet, by the way. Ein sehr, sehr exklusiver Makler. Das sieht doch schön aus, Leute, oder? Was sagt ihr? Das sieht doch aus nach einem Haus, wo sich Monte wohlfühlen würde. Wie viele Zimmer hat das? 1400 Quadratmeter Wohnfläche, 20 Zimmer. Das reicht doch. Da wird doch die ganze Familie glücklich, oder? Extrem schönes Deckenfresko. Toller Pool hier an der Stelle. Super, super schöne Lichträume hier. Ganz, ganz tolles Haus, wirklich, ja? Kostet halt auch nur 13 Millionen. Also, das ist wirklich toll. Da fühlt man sich doch wohl. Digga, wäre ich ja lost in so einem Riesenhaus, Alter. Würde ich ja mich nicht drin wohlfühlen, ne? Also, ihr seht schon. Die beiden haben wirklich Glück, so ein exklusives Haus in zentraler Lage gefunden zu haben. Das ist tatsächlich so. Kann auch sein, dass ich mit meiner Annahme falsch liege und die gar nicht in Köln wohnen. Aber ich glaube, mitbekommen zu haben, dass die da irgendwo wohnen. Das ist ja, das verstehe ich gar nicht. Das ist wirklich einfach nur pottenhässlich, oder? Digga, das ist ja wohl das... Also, Digga, tut mir leid. Das sieht aus wie von einem Zehnjährigen gebaut. Das ist einfach so eine Unverschämtheit. Das ist eine einfache Unverschämtheit, Digga. Wer baut denn so ein Muchhaus? Wer baut so ein Muchhaus, Digga? Guck mal. Null Euro aber. Immerhin. Immerhin gratis. Leute, was sagt ihr? Für null Euro soll ich es mir holen? Für null Euro, Digga. Für null Euro. Das sieht wirklich aus wie eine Kulisse von Scarface, Digga. 2013, Junge. Ich will Energieausweis sehen. Kann ich nicht. Bin ich angemeldet bei ImmoScout gerade? Seltene Gelegenheit. Ein Breidanei. Essen. Schon wieder sehr weit außerhalb, ne? Also bis man, in Köln findet man sowas nicht, Leute. In Köln findest du kein Haus zur Vermietung. Äh, zum Kauf, sag ich mal. Man kann ja mal gucken. Angenommen, man geht jetzt mal hin und sagt, okay, wir nehmen jetzt mal Köln. Machen nochmal hier den Umkreis auf, nochmal 5 Kilometer. Und wir sagen, wir nehmen ein Haus, ein Haus zu mieten und wollen eine Villa mieten. Findest du nicht. Häuser zu mieten in Köln, auch ganz schwierig, Leute. Ganz, ganz schwierig. Findest du alles nicht. Also hier, schaut mal hier. Das ist, äh, da kannst du dann schon wieder sagen, 10 Kilometer. Und selbst wenn du dann sagst, ich möchte eine Villa mieten, vermietet keiner eine Villa. Also das macht keiner. Das ist halt das Ding. Deshalb Eigentum ist gerade wirklich, wirklich schwierig. Das, ähm, ja. Wir können ja mal ganz kurz bei... So. Wir können mal ganz kurz hier schauen, Leute. Was haben die denn? Wohnen. Das sind alles, lichtdeutsche Wohnen, das sind alles nur Wohnungen, ne? Oh, hier, guck mal hier. Auch schön, ne? Eine See-Villa. Auch echt geil. Was kostet das Ding? Oh. Rhein. Rheinbreite. Wo ist denn Rhein-Breitbach? Wo ist das? Ist das rechtsreinig? Ja, muss ja sein, oder? Das muss ja, das muss ja ein kleines Kaffs sein. Naja. Die listen das als Köln. Das Haus steht hier. Ey, sag mal. Alles klar. Alles klar. Naja, also. Das ist schon schwierig. Also das ist wirklich, glaube ich, schwierig in Köln was zu finden. Wir können ja mal ganz kurz... Bis Julie sich nicht meldet, Leute. Wir schauen mal ganz kurz, was Hamburg so hergeht, ja? Wir gucken mal ganz kurz, was Hamburg, äh, Chaussee und sowas und, ähm, hergibt. Ich werde mal ganz kurz gucken. Hamburg und Berlin. München hat wilde Häuser. Auch ganz klar. Hamburg hat auf jeden Fall deutlich mehr am Immobilienmarkt gerade. Willen. 44 Willen allein im Angebot. So, und wir sortieren. Das ist halt... Das ist halt einfach nur krass, ne? Das ist halt einfach nur krass. So ein Ding hätte sich Monte ziehen müssen. So ein Ding. Da sehe ich Monte drin. Da sehe ich Montana Black. Hier, ne? In Nienstädten, Hamburg. Schön. Na doch, aber alles noch, sag ich mal, bezahlbar. Aber auch, auch wieder nichts Modernes dabei, ne? Die neuen, die neuen Häuser, die werden ja gar nicht erst verkauft hier wahrscheinlich. In Frankfurt. Oh, Frankfurt auch schon. Oh, in Bildstedt. Interessante Architektur. Nicht ganz meins. Aber auch wieder sehr narrow, sehr klein. Was hat das? 200, ja, 250 Quadratmeter. Platz ist Luxus. Ein Haus, das keine Wünsche offen lässt. Abgesehen vom Design tatsächlich, ne? Das ist halt so langweilig, ne? Ist halt wirklich einfach langweilig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also guckt mal, wenn ihr, ich meine, das ist schön. Keine Frage, ne? Das ist ja auch jedem, jeder muss ja selber wissen. Aber ich zahle doch dafür keine 3,7 Millionen für ein Haus, das aussieht, wo jeder drin wohnt, ne? Also tut mir leid. Da nehme ich lieber, da nehme ich lieber ein Jugendstilhaus. Hier, sowas hier, ja? Was, was wirklich, was wirklich einfach irgendwie Zeitgeschichte hat, ja? Wo man sieht, da ist, was passiert. Oder wirklich ein kompletter Neubau, der nach meinen Wünschen entsteht. Ja, nicht jeder, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Neubauvilla. Mhm. Das ist so schade, man. Die Architektur in Deutschland ist wirklich teilweise echt langweilig. Es gibt wenig Ausreißer. Geil eingerichtetes Esszimmer, muss man sagen. Sehr, 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 sehr geil. Schöne Blaupantone hier, richtig, richtig geil, Digga, geil. Wohnzimmer, ja. Sehr schönes Haus, Alter. Zumindest von der Innenrichtung gefällt mir das. Ist geil. Aber auch wieder von außen, ne? Ich sag's euch, ich sag's euch ehrlich. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Aber. Ja. Fünf Mio für, für ein Haus, das, das, also, ne? Vielleicht bin ich aber auch da zu extravagant im, 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 im Geschmack. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu, zu extravagant und sage, ich möchte unbedingt was ganz, ganz Außergewöhnliches haben. Aber, ne? Das ist dann so, Digga, 33 Millionen. 33 Millionen, Alter. Alter. 38, ne? 38 Millionen, Digga, schau. Wie viel Quadratmeter? Tausend. Das ist ein Hollywood-Haus. Das ist ein Hollywood-Haus. Boah, Junge. Ist nur ein Rendering, ne? Ist nur ein Rendering. Nicht, äh, nicht davon jetzt, äh, rumkriegen lassen. Sauna, Regenschauer-Dusche. Das ist schon, aber auch hier wieder, ne? Ist nicht meine Architektur. Das ist, das ist, das ist ja geisteskrank hier. Das ist halt Projektentwicklung, ne? Da verkaufst du halt quasi so ein Produkt hier. Sagst du, ich hab ein Grundstück dafür. Will jemand? 38 Millionen. Holy shit, Digga. The Grand Residence. 700 Quadratmeter Wohnfläche. 20 Millionen Euro. Das ist Wahnsinn, was für viele Immobilienpreise mittlerweile in Deutschland haben. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Überlegt mal. Für ein Haus in München. Sechs Häuser, ja, das sind Neubauten hier. Doppelhauser. 200 Quadratmeter. 2 Millionen, das ist insane. Also, der Immobilienmarkt in Deutschland, das ist ganz, ganz wild. 200 Quadratmeter Haus, 3 Millionen Euro, ne? In München. Also. Eine Villenhälfte. Das ist nur eine Hälfte von einer Villa, ne? Das ist nur eine Hälfte, Leute. Kostet? Für 250 Euro. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also, was in München abgeht, Digga. Es ist, äh, ja. Muss man, muss man nicht wohnen. Bin ich ehrlich. Muss man nicht wohnen. Boah, Digga, das ist auch geil. Nymphenburg. Ganz, ganz wild. So, und da, Leute, jetzt, jetzt bin ich mal ehrlich zu euch. Das ist, das ist ein geiles Haus. Das ist ein geiles Haus. An der Außenfassade würde ich, würde ich was ändern. Aber vom Stil her, sehr, sehr minimalistisch. Klare Kanten, Digga. Schön modern. Wirklich, wirklich geil. Sieht aus wie ein Minecraft-Haus. Deshalb würde ich drin wohnen. Ich würde ein bisschen mehr Sichtbeton machen. Ich würde hier das Sichtbeton-Element hier einmal noch komplett drumherum ziehen. Ein bisschen mehr Farbspektrum haben. Aber das ist ein geiles Haus. Versteht ihr, was ich meine? Und, ne, klar, kommt mit 10 Millionen daher. Aber das hat halt was. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, äh, das ist schon wild. Bei das, ja, Digga. Ich kaufe mir einfach mein Haus für 10 Millionen auf Wiedersehen. Köln-Dellbrück. Ja, ich habe schon geschaut. Köln ist gar nichts. Wir gucken mal ganz normal Frankfurt rein. Frankfurt hat auch ziemlich viele Villen tatsächlich. Essen und sowas auch. Besondere Altbau-Villa für Liebhaber. Mandora, Ezekiel. Puristische Villa, ne? Puristische Villa. Das ist doch schon mal eine Ansage. Ja. Purismus ist halt sehr viel weiß, ne? Ist halt sehr viel Einfarbigkeit. Aber von innen ganz schön. Von außen. Boah. Es ist, äh, geht in die Richtung. Geht in die Richtung. Ist schön auf jeden Fall. Badezimmer verstehe ich nicht. Hat ein Fußballer wahrscheinlich drin gewohnt. Ja. Auch schön, ne? Ist auch wild, ne? Einfach so ein Schloss mitten im Wasser. Ne, Leute. Also, es ist schon Hannover. Können wir auch mal gucken. Hannover ist auch krass. Wie der Hamburg jetzt gewesen, ne? Danke dafür. Danke dafür für nichts, Digga. Nur noch Villen natürlich, ne? Klar. Nichts in Hannover, Leute. Kann man nicht wohnen in Hannover. Keine Villa in Hannover. Kann man nicht wohnen. Ja, geht nicht. Geht einfach nicht.